Ein Einzelhandelsgeschäft muss tagsüber den Kundenstrom zählen und nachts aber Einbrecher abschrecken. Normalerweise sind zwei Geräte dafür erforderlich, um diese beiden Aufgaben auszuführen. Jetzt können wir dies ganz einfach in einer Darrohrkamera mit KE-Funktion erledigen. Herzlich Willkommen in Dahua Studio. Heute testen wir die Dahua Vollfarb-Netzwerkkamera mit motorisiertem Objektiv mit KI-Zeitplan-Funktion. Diese Kamera ist mit der WithMind-Technologie von Dahua ausgestattet. Aus der wörtlichen Bedeutung von WithMind können wir bereits die Information nehmen, dass es sich um ein Produkt mit KI-Technologie handelt. Durch den Deep Learning Algorithmus verfügt diese Kamera über viele erweiterte Funktionen, wie die aktive Filterung von Menschen und Fahrzeugen oder die Auffassung charakteristischen Metadaten. Ein weiteres großartiges Feature ist der KI-Zeitplan. Es ermöglicht der Kamera, verschiedene KI-Funktionen gemäß des ausgewählten Zeitplans automatisch zu aktivieren. Das ist unter anderem besonders für viele Ladenbesitzer sehr praktisch. Sie können Marktforschung betreiben, die Ressourcenallokation optimieren, sowie das Sicherheitsmanagement durchführen und viele andere Möglichkeiten auch. Wir haben die Kamera in dem Foyer unseres neuen Büros installiert. Vom Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr zählt die Kamera die Anzahl der Personen, die das Büro betreten. Außerhalb dieser Zeit wechselt die Kamera in den Zustand des Perimeterschutzes und wir richten einen Stolperdraht ein. Jeder, der diese Linie überschreitet, löst eine Warnung aus. Das Bedienungsfeld ist übersichtlich und weist eine sehr hohe Nutzerfreundlichkeit auf. Wegen der einfachen Bedienung kann dann ein normaler Angestellter alles allein erledigen. Wir sehen, dass jeder, der diesen Raum betreten hat, gezählt wurde. Mit diesen Daten können wir verschiedene statistische Analysen durchführen. Ein Geschäft zum Beispiel kann die Kundenströmung während der Geschäftszeiten überprüfen, dessen Spitzenzeiten erfassen und während der Spitzenzeiten mehr Personal einsetzen. Wenn man bedenkt, dass eine Marktforschung oft sehr teuer und oftmals zeit- und arbeitsintensiv ist, wieso denkt man nicht direkt in eine renditestarken Investition, in so ein KI-System? Mit jahrelangem Einsatz, doch nur zum Bruchteil des Preises. Dieses Material zeigt dann, was passiert, als ich außerhalb der Arbeitszeit ins Büro kam. Die Kamera bunt ertönt mit einem lauten Alarm. Dank der hervorragenden Full-Color-Funktion dieser Kamera können wir den Eindringling, der ich bin, mit einem orangefarbenen Kästchen deutlich sehen. Das ist echt toll! Dies war nur ein Test von den grundlegendsten Funktionen des KI-Zeitplans. Wenn Sie noch tiefer eingehen, werden Sie sich überraschen, was der KI-Zeitplan noch an Möglichkeiten bieten kann, wie zum Beispiel Multi-KI-Funktionseinstellungen einer einzelnen Kamera, die Kombination von mehr Kanalkameras und so weiter. Wenn Sie möchten, kann Ihr Mobiltelefon natürlich auch eine Wahrmeldung erhalten. Das Mobiltelefon kann das Kamerabild in Echtzeit anzeigen und das aufgezeichnete Ereignis wiedergeben. Diese Funktion basiert auf einem Peer-to-Peer-Server mit hoher Datensicherheit. Die Lösungen von Dahua richten sich nicht nur an große Unternehmen, sondern auch an kleine und mittlere Kundengruppen. Sie sparen damit Personal- und Verwaltungskosten und liefern Daten aus erster Hand für die Optimierung der Kundenressourcen. Weitere Tests und Einführungsvideos zu diesem Produkt finden Sie auf unserem Kanal, darunter auch der Test für die Full-Color-Funktion in der Nacht. Abonnieren Sie dazu unseren Kanal und erweitern Sie Ihr Produktwissen. Wenn Sie unsere KI-Funktion testen oder mehr davon erfahren möchten, melden Sie sich einfach bei unserem Testprogramm von Dahua Lab an, wo man kostenlos Kameras für den Test beantragen kann. Oder Sie können direkt online die Funktionen der Produkte über ein Ferngerät erleben. Hier unten finden Sie den Link zu der Startseite des Dahua-Testprogramms. Auch unser Dahua Demo-Van ist andauernd unterwegs, kommt vielleicht bald auch in Ihrer Nähe. Nutzen Sie dazu die Gelegenheit, indem Sie sich einfach jederzeit bei uns melden. Folgen Sie uns. Bis zum nächsten Mal.